Servus Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, heute werden wir uns an dem 15. machen, dem 15. Koloss, Leute, der vorletzte. Und dann schauen wir doch mal, was uns dann dort erwartet hat. Ich bin echt gespannt. So, ich mache mir das Bildmachgerät wieder an. Servus Leute. So, dann schauen wir doch mal, wo müssen wir denn hin? Okay, wieder in die Richtung. Gehen wir gleich mal über die Brücke hinten rüber. Glantz! Glantz! Gut! Okay, da sind wir lang. Ich glaube, wir müssen wieder in den Wald oder so. Hier gibt es ja eigentlich nichts. Also hier kommt man auf jeden Fall nicht runter. Und dort hinten geht es in den Wald rein. Ich denke mal hinter dem Wald oder so. Ja, okay. Das ist aber schon. Und hier glaube ich, sind wir auch mit dem Pferd dann auch nicht mehr weitergekommen. Hier war doch Schluss, oder? Ich glaube, hier ging es doch gar nicht mehr weiter. Hier war doch der Abgrund, glaube ich, oder? Oh, hier war der Abgrund. Wir müssen aber dort rüber. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Wollen wir in die Karte gucken? Hä? Hä? Wenn ich runter springen, bin ich tot. Aber irgendwie andersrum? Da kommen wir doch gar nicht, oder? Oder müssen wir von da außen irgendwie ran? Dass wir von außen entlang müssen, aber... Wenn wir da drüben sind, müssen wir... Wo geht es denn hier lang? Da geht es wieder raus. Da sind wir gekommen. Äh, das war der andere Koloss. Jetzt noch einen anderen Weg. Hier würde es zwar hochgehen. Hier sind wir doch falsche. Ich weiß nicht, es wird tatsächlich ein neuer Weg aufgetan. Hier hinten, aber... Das können wir doch eigentlich auch nicht vorstellen. Dort hinten war der... Der andere Koloss. Er zeigt mir aber schon in die Richtung, also... Hm. Schauen wir doch mal. Vielleicht ist jetzt ein neuer Weg oder so offen? Das wollen wir mal looky-looky machen. Dann sehen wir schon. So, und warte mal. Was sind wir denn jetzt hier? Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wo wir eigentlich schon mal waren. Na, wer weiß, vielleicht haben wir hier irgendwas übersehen. So, hier geht es dann mal nicht mehr weiter. Genau. Okay. Dann schauen wir einfach mal. Hup. Ja, das ist jetzt, wenn jetzt kein Weg hier weitergeht, das ist halt ein Problem dann, weil wir dann einfach ewig weit schwimmen müssen. Aber okay. Hilft nicht. Aber hier ist doch nichts. So, jetzt ganz. Ja, bitte. Er zeigt mir genau, hier ist hier nochmal ein Boss, oder was? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Da ist doch einer Boss gewesen. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das zeigt mir genau zu der Wand hier hin. Wo muss ich da von oben ran? Ach du Scheiße. Schauen wir mal da ran, vielleicht zügelt ja hier einer. Aber ich glaube eher, dass wir da oben lang müssen. Scheiße. Den ganzen Weg umsonst gerannt. Oh, hier ist es. Nichts erreicht, was ist denn hier überhaupt los? Ei, ei, ei. Ich geh mir den ganzen Scheiß Weg zurück. Ich dreh durch. Warte mal, ich tu mal schnell einen neuen Laden. Spiel beenden. Ja. Dann gehen wir mal schnell zum Hauptmini zurück. Dann schauen wir mal, ob wir dann durch die Wüste durch müssen. Vielleicht können wir dann so irgendwie dorthin. Dorthin. Schau mal. Schau mal. So, dann springen wir mal schnell. Okay. Dann schauen wir nochmal. Ja, da hinten war ja nichts mehr. Ja. No. Ma'am. Ja. Ja! 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 Ich glaube, dass wir irgendwie von... durch die Wüste vielleicht müssen. Das ist ärgerlich jetzt. Den ganzen Weg nochmal rennen hier. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach mal links lang gehen und dann schauen wir, ob wir da in das Gebirge irgendwie dann reinkommen. Anderen Weg wüsste ich jetzt nicht. Oder könnte ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Da hinten ist der Wasserfall. Warte mal, schon mal gucken. Ich glaube, dass wir hier über einer Wüste entlang müssen. Wo ich da eigentlich keinen Weg gesehen hatte, dass da irgendwas hochgeht. Ei, ei, ei. Renne ich jedes Mal wieder falsch. Also, da hinten rechts entlang. Weil hier unten waren wir schon. Warte mal, stopp, 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 stopp. Hier kommen wir halt nicht nach unten, oder? Kommen wir hier nach unten? Kommen wir da nach unten? Vielleicht müssen wir eventuell halt da unten lang. Da ist jetzt hier aber kein Weg nach unten. Dort runter eventuell. Okay, aber das probieren wir jetzt nicht aus. Wir werden jetzt hier hinten weitergehen. Jetzt kommen. Mein Hütterhü. Wir gehen jetzt mal hier rum. Kommen wir hier irgendwie in den Berg rein? Sie haben einen kleinen Pfad oder so gibt? Ich glaube, dass es hier irgendeinen kleinen Pfad oder so gibt. Na, da hat er wieder scheiße gebaut. Da hinten geht es rein. Ja! Schauen wir, wie wir irgendwie reinkommen. Okay, wir sind irgendwie dort oben hoch. Ja! Wollen wir hier durch irgendwie kommen? Ja! 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 Hier schaut's ja nicht schlecht aus. Hier schaut's nicht schlecht aus. Was ist denn hier hinten noch? Ei, ei, ei. Wird hier gleich hoch rennen können. Wie ist das schwerer gemacht, als es eigentlich ist? Wie ist denn Ruin hier? Ah, schaut auf jeden Fall cool aus. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Wollen wir nur was ausprobieren. Okay, kommt man nicht hoch. Gehen wir auf jeden Fall schon mal treppen. Das heißt, dass der bestimmt hier gleich kommt. Okay, hier kommen wir aber nicht hoch. Warum kommen wir hier nicht hoch? Okay. Aber hier schaut es ganz nach einer Arena aus. Alter Schwede. Der ist ein bisschen größer. What the fuck. What the fuck. Okay, scheiße. Waaaaah. Haut der hier irgendwas kaputt, dass ich hier irgendwie auf die Treppen raufkomme? Okay. Das war's für heute. Ich kann mich aber nirgendwo hier festhalten. Da geht's hoch. Vielleicht mit den Säulen dort hinten, dass der da irgendwie was kaputt haben muss. Vielleicht so ein Säule hier oder so. Geh mal bei euch. Da geht durch. Geh mal bei euch. Das ist mir schon klar, dass ich da hoch muss. Sonst wie? Wie komm ich da hoch? Geht mein Pferd hier irgendwie vielleicht? Wo komm ich denn da hoch? Der hält sich aber nicht fest hier. Was ist denn das für ein Scheiß? Geh mal bei euch. Geh mal bei euch? Aaaaah ok. Geh mal bei euch. Jetzt warte mal, jetzt habe ich schon kapiert. Okay, dann machen wir die Plattform hier hoch. Dann müsste es eigentlich funktionieren. Hier müssen wir jetzt eigentlich hochkommen. Na mach mal. Sehr schön, okay. So, jetzt denken wir das mal ganz hoch müssen. Wenn der Schieber die Kissen da rüberkommt. So, jetzt machen wir das mal. So, jetzt machen wir das mal. Jetzt können sie bestimmt irgendwie hier rauf springen auf den. So, jetzt machen wir das mal. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Schon mal der nächste Punkt ist. Okay, haben wir schon gesehen. Ja, baby. What? Ich glaube, der ist fertig. Ich blick mal Kredit wieder an. Okay. Okay, der war noch ein Brücker da. Okay. 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 Das war's für heute. Das ist hier die Arme jetzt oder nicht? Das ist hier eine Arme. Das war's für heute. Nein! Nein! Das war's für heute. Was soll denn die anderen Stelle sein? Am Bauch oder was? Den haben wir schon? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute nicht mehr. Das muss irgendwo noch eine andere Stelle haben. Das war's für heute. Aber hier ist doch nix mehr. Was ist denn im Korb da drinnen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was soll denn diese Stelle sein? Das war's für heute. 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 Okay. Ich hätte aber auch keine Energieanzeige mehr. Ich habe 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 keine Energieanzeige mehr. Ich habe keine Energieanzeige mehr. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keine Energieanzeige mehr. 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 Ich habe nicht mehr, Leute. Ich habe keine Energieanzeige mehr. Ich habe keine Energieanzeige mehr. Ich habe keine Energieanzeige mehr. Aber dann musst du ja mit dem anderen Armee reinhauen, dass da irgendwas kaputt geht. Könnte sein, warte mal. Das ist jetzt der linke Arm. Dass ihm seine Rüstung kaputt geht an der Stelle. Oder seine Schulterding. Dass er sich dann was machen kann. Ich glaube, das muss. Da oben hat er die Rüstung drauf. Das ist jetzt der linke Arm. Das ist jetzt der linke Arm. Okay. Der macht aber nix. Nein, es ist ein Scheiß. Ei, 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 ei. Das ist, wenn die Wüste kaputt geht, dass man irgendwas in den Punkt 2 liegt. Das ist, wenn die Wüste kaputt geht. Das ist, wenn die Wüste kaputt geht, dann ist die Wüste kaputt. da was es ist ok da hinten wir schon gerade ich hab das wie es auf der anderen seite machen müssen wir müssen auf die anderen seite rüber hier und dann schauen wir mal ob wir da oben was machen können denn ich bin schon ruhig aus könnte ich schon die rüste kaputt machen also nach anderem weg weiß ich jetzt gerade nicht werden wir jetzt immer schon halt ne stunde he wahnsinn dann schauen wir mal hier hier irgendwas mockens hier kommen wir wieder nicht weiter wir brauchen die kisten hier macht aber auch nichts mehr was ist denn jetzt jeden scheiß kommen wir nirgendwo hoch Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab keinen Plan. Ah, hab ich ihn vermut bekommen oder was? Das war's für heute. Ich hab keinen Plan oder was wir hier machen müssen. Ich hab keinen Plan. 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 Ich hab keinen Plan lang. Ich hab den Kopf noch mal vor. Hier ist doch nix. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Oh nein. Ich hab keinen Plan. 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 Das war's für heute. 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 Okay, Leute. Ich glaube, wir machen jetzt an der Stelle mal einen Cut. Und schauen wir in der nächsten Folge, ob wir den dann irgendwie gelegt kriegen. Pause. Und schauen wir in der nächsten Folge, ob wir den gelegt kriegen. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao, euer Andi. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020